Ist das Fenster schon scheinbar gebrochen? Komm mal her. Kann der hier reinlöschen? Das wäre eine Idee. Da ist das Fenster noch zu, aber hier nicht. Kannst du hier reinschießen? Geht das? Ne, kann er nicht. Er kann, wenn überhaupt, da aufmachen. Also ich bin ja der feste Überzeugung, dass man da reinlöschen kann. Ja, kann man auch. Das haben wir einfach mit dem Druckschlauch das Feuer ausgemacht und natürlich auch gleichzeitig das Fenster auf. Also praktisch, da ich dazu nehme. Herzlich willkommen in Victoria Springs und damit zu einem weiteren Video in Firefighting Simulator der Squad. Wir waren im letzten Video hier in der Feuertaufe. Heute geht es weiter in der Bastelei zu Hause. Nämlich 750 XP gibt es dafür. Wir können mit Jack, Tom und Bill loslegen in unserem Rosenbauer TP3. Finde ich ganz cool. Ist aktuell unser einziges Feuerwehrfahrzeug und ich bin schon sehr gespannt, denn man fährt auch selber den Einsatz an. Und das finde ich ist sehr, sehr cool. Gibt so ein bisschen Feeling und natürlich muss man sich durch den Verkehr quälen, was auch eine kleine Herausforderung ist. Sehr schön. Wir fahren los. Glaube ich dann. Und dann düsen wir auch schon. Wir haben auf jeden Fall hier vor uns auch einen, aber wir werden ihn jetzt mal überholen hier. Auf geht's. Da zählt natürlich jede Sekunde. Haben einen Notruf reinbekommen. Bastel light zu Hause. Hört sich an wie ja wahrscheinlich irgendwas, was der selber sich zusammengebastelt hat. Nicht so feuerresistent oder sicher. Deswegen. Wir sind auf jeden Fall deutlich schneller als unsere Kollegen. Können ja auch in der Innenansicht fahren. Finde ich auch cool. Und haben natürlich den Gasfuß voll drauf. Fahren 100 Sachen hier. Gar kein Problem. Finde ich sehr, sehr cool. So, Achtung. Rechter Blinker. Fahren jetzt hier rechts in den Tunnel. Uiuiui. Okay. Sehr schön. Gut, Leute. In der Zeit, wo wir jetzt anfahren und noch 3,2 Kilometer vor uns haben, kann man auch abonnieren. Definitiv. Und natürlich eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bin schon sehr gespannt, was uns heute erwarten wird. Mal unseren ersten Brandenbrand alleine zu löschen. Ich habe auch so ein bisschen geübt, sage ich jetzt mal. Einfach in der Trainingsvorbereitung. Da gibt es so eine ganz kleine Einweisung. Okay. Das Feuer breitet sich aus. Man weiß aber noch nicht mehr. Und zwar einfach nur, wie man Brände löscht. Wie man auch zum Beispiel Elektrizität abschaltet, um den Brand nicht weiter zu fördern. Vor allem, wenn es einen Kurzschluss oder sowas gab. Weil der Brand würde dann natürlich immer wieder das Feuer weiter entfachen. Vor allem, wenn irgendwie irgendwas in der Nähe ist. Im Normalfall sollte es die Sicherung schmeißen. Aber scheinbar ist das nicht immer der Fall. Deswegen komplett ausmachen. Auf jeden Fall. Auch für die Feuerwehrmänner. Zur Sicherheit. Und ja, natürlich einfach kommandieren auch. Wir haben unsere KI-Leute. unsere kleinen Leute, die auf uns hören quasi. Und denen geben wir Befehle. Und da bin ich jetzt gleich gespannt, wie gut das funktioniert. Beim ersten Mal. Wow. Und ich glaube, ich sehe schon den Brand. Achtung. Platz machen. Alter. Kein Platz da. Okay. Ist eine Person wohl im Haus, oder was? Kann gut sein, ne? Okay. Hier links. Achtung. Sehr schön. Gut. Ja, und bezüglich der Regelmäßigkeit und Häufigkeit der Videos wird sich ein bisschen was ändern. Nämlich wird wahrscheinlich jetzt dann jede Woche so, ja, zwei bis drei Videos werden erscheinen. Und die werden dann halt relativ konstant hoffentlich kommen. Je nachdem, weil jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr zu tun und werde schauen, dass ich halt dennoch zwei Videos die Woche mindestens raus haben kann. Nur für euch zur Information, damit ihr da Bescheid wisst. Und euch nicht wundert, natürlich. So, hier. Links. Wir sind da. Elektrische Brände. Immer wieder von Funken. Entfacht. Okay. Einer macht die Erkundung. Okay. Vor der Tür abgeschlossen. Gut. Gließt schon mal alles an. Sehr gut. Also ein Druckschloch haben wir aktuell bereit. Wir brauchen auf jeden Fall irgendein Tool hier zum Aufbrechen der Tür. Brecheisen. Aber zackig. Gut. Hol mal ein Brecheisen bitte, Kollege. Das ist wichtig. Schnell, 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 schnell. So, die drei hat... Die drei soll sich ready machen fürs Löschen. Zack, zack. Und die eins soll sich auch ready machen zum Löschen. Jetzt hat der... Ich habe dem den Auftrag eigentlich gegeben. Egal, okay. Gut. Komm. Aufmachen. Zack, zack. Sehr schön. Okay. Rein da. Da brennt's. Da brennt's. Alles klar. Die drei. Einmal bitte Brand löschen. Zack, zack. Hier hinten. Und jetzt löschen bitte. Sehr schön. Gut. Wir gehen hinter. Sicherungskasten gefunden. Drum aus. Was? Was ist hier? Ein Überlebender. Ich trage ihn raus. Sehr schön. Achtung. Platz machen. Die eins kann auch mal direkt das Feuer löschen. Auf geht's. Löschen. Zack, 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 zack. Die Nummer zwei direkt bereit machen für das Löschen. Schnell, schnell, schnell. So, wo ist der? Da. Da ist der Sunny. So, die zwei holt den Druckschlauch. Wir müssen das hier ordentlich machen. Und natürlich zuerst die Menschen retten. So gut es geht. Danach löschen. Und damit sich der Brand nicht weiter ausbreitet, natürlich den Strom ausschalten, ne? Bin gespannt auf die Bastelei zu Hause. Gut. Wir haben einen gerettet soweit. So. Nummer zwei ist auch bereit. Dann komm mal her. Wir müssen eigentlich von mehr Seiten aus löschen. Hier hinten ist das Fenster schon scheinbar gebrochen. Komm mal her. Kann der hier reinlöschen? Das wäre eine Idee. Da ist das Fenster noch zu, aber hier nicht. Kannst du hier reinschießen? Geht das? Ne, kann er nicht. Er kann, wenn überhaupt, da aufmachen. Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass man da reinlöschen kann. Ja, kann man auch. Das haben wir einfach mit dem Druckschlauch das Feuer ausgemacht und natürlich auch gleichzeitig das Fenster auf. Also praktisch sage ich dazu nur. Einfach nur praktisch. So, hier rein. Sehr schön. Gaut gut aus soweit. Das andere Fenster will ich nicht aufmachen. Sonst breitet sich vielleicht das Feuer noch weiter aus. Das wollen wir nicht. Aber die zwei kann dann, weiß ich, wenigstens nützlich machen und den kleinen Feuerlöscher holen oder so. Und damit dann in den Nahkampf gehen. Innen rein. So, wie schaut's aus? Hast du's? Feuerlöscher bitte, ne? Zack, zack. Also ein bisschen ist die Kommandogebung nur nicht so optimal. Wir gehen rein. So, wie schaut's aus, Leute? Oh, oh, oh. Das schaut interessant aus, okay? So, der zweite soll mal rein. Der löscht ja einwandfrei, der Kollege, ne? Der ist auf jeden Fall fleißig. Nicht. Also, okay. Der weiß nicht genau, was er tun soll damit. Gut, dass der bei der Feuerwehr ist. Meine Güte. Okay. Äh, ich muss mal unsere Kollegen umpositionieren. Komm mal rein. Komm mal rein. Weiter rein. Schön löschen. Die Decke brennt auch, ne? Ah, schwierig. Wie schaut's aus? Nummer zwei? Nummer zwei soll auch mit reinkommen. Der soll auch löschen. Die Tür aufmachen und dann, äh, von der Seite aus auch mit rein löschen. Genau. Ja, und der ist löscht mit rein. Er löscht zwar nicht von der Seite mit rein, aber so bringt's eben auch was. Vier Mann löschen. Dann ist es auch recht schnell geschafft. Alle Feuer sind gelöscht. Nachbesprechung ist gleich. Ja, so einfach geht's, Leute. Ein Hausbrand weniger. Perfekt. Sehr gute Arbeit, denke ich doch mal. Alle Personen wurden gerettet. Alle Feuer gelöscht und... Bastelei hat ein Ende. Aber eben sehr wichtig hier auch, ne? Damit das Ganze nicht sich weiter entfacht. Mit dem Strom abschalten. Auf jeden Fall wichtig. Ja. Praktisch. Mach die Schotten dicht freigeschalten und... Brand heiße Nachrichten. Ja, Sachen gibt's. Levelaufstieg. Also wir haben alles in mittelmäßiger Sache abgeschlossen. Mittelmäßige Zeit gebraucht. Mittelmäßige Fahrzeit. Also waren jetzt nicht die flottesten. Aber gut, so ist es. Wasserverbrauch 138 Liter. Gelaufene Strecke 350 Meter. Sehr schön. Okay, sehr cool. Dann haben wir diese kleine Aufgabe geschafft. Und für den nächsten Einsatz, der ist dann hier unten. Werden wir wahrscheinlich neue Trainings brauchen, nehme ich schon fast an, oder? Mach die Schotten dicht, ist der nächste Einsatz. Und wenn wir jetzt hier auf Start drücken, ja. Leitern erklimmen. Ja. Dies und mehr sehen wir dann im nächsten Video von Firefighting Simulator Squad. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde mich dann noch fortbilden. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.